beim mcdoe ähm tim ja ich wollte eigentlich beim letzten mal noch einen tipp geben und zwar ja dir und zwar schreib doch mal bitte in dem charakter immer was in die beschreibung mit rein damit man weiß was sein was sein dude eigentlich so gemacht oder kann weil ich den das letzte mal gespielt hab als du nicht da warst und ich mich quasi einlesen wollte war das relativ kurz da du ja nichts wirklich reingeschrieben hast Moment ich ich habe ich und ich 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 Vielen Dank. Das ist ein Kühlschrank wahrscheinlich. Oh hey, heute der Drachenkönig in Teil 6 fassen Phobia, finde ich gut. Ich glaube, da muss ich noch ein Moment auf Twitch. Ich lasse den Phobia hin. Von der Hitze? Wer von euch? Christian, ich würde den Blick übernehmen, oder zack, übernehmen. Okay. Ja, ich würde das machen. Ich spiele jetzt mal. Jetzt bekämpft er es. Wenn du streamst, wirst du nicht auf 3 Sachen kaufen können. Kedit. Ein Player ist schon mal. Du bist nicht. Safe Change. So, jetzt bist du ihn ab. Flick. Flick. Flick, den ich dir dann aufgeben. Ups. Ich bin ausgerutscht. Ja, ich bin ausgerutscht. Letztes Mal, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, ich glaube, du kannst mich schon mal einlesen in den Charakterformen. Sock und Wulfen. Da steht Kilo. Und Markus, wie viele Heilungswürfen willst du auf dem Bauch? Ah stimmt das, das habe ich ja auch. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ja, habe ich ja auch geschafft. Erstmal die Schiebühle aufmachen und auf die andere Seite ziehen. Ich mache erstmal meine... Nice. So ist Level 3. Jetzt sehe ich mich doch. Hey, da hast du gut gerufen. Jetzt sehe ich mich doch. Okay. So, gut. Wie viel Heilung? Achja, wir sind Stufe 3. Okay. Mehr Heilungswürfen kriegen wir erst auf dem nächsten Level. Kriegen wir da einen mehr dazu. Richtig. Wie immer. Also. Nachdem ihr ja alles versucht habt, was in der Schatzkammer übrig geblieben ist. Ähm. Könnt ihr euch jetzt den schlafenden Kultisten... Schlafenden Kult besuchen? Sind ja immer noch bezaubert. Die Räume haben wir schon noch besucht. Die Räume haben wir schon noch besucht. Die Räume haben wir schon noch besucht. Ja, genau. Kein Schwert. Aber den unten rechts müssen wir noch, oder? Wieso halt Tim? Weil du ihn da muten musst in dem Spiel. Ach so. Tim, sag mal was. Ja. Sag noch mal was. Hallo. Hallo. Ich bin nur halb so laut. Also. Jetzt kommt ein Endgegner auf mich zugerannt, als sie gerade in den Raum gehen wollte. In den Raum. Oh Gott. Da, da, die Katze greift. Die Katze. Und hat kritisch gemacht. Ja. Eine Million Schaden, Markus. Instant Pot. Hahaha. Natürlich. Final Fantasy optional Boss. Okay. Ja, optional Boss. Der ist so krass, dass er extra optional geworden ist. Nice. Bekennt. Könnt ihr auch irgendwann bekämpfen. Entscheidend. Wir sind wie das Killer-Karnickel, oder? Richtig. Er hat zwei Leben. Aber 99 Rüsten. Gut. Was wollt ihr machen? Es gibt nur einen Gegenstand, mit dem wir sie töten können. Mit Katzenfutter. Ne, wir können sie mit Katzengras ablenken. Aber Alter, wie tötest du sie ja nicht? Ich kann sie schlafen legen. Nein, die ist immun gegen schlafen. Die ist immun gegen alles. Betreibung, schlafen, alles. Die ist immun gegen alles. Außer Katzenfutter. Und Hunde. Die hat einen Fokus auf Hunde. Weil Katzen mögen ja keine Hunde. So. In der Regel. Also. Ihr Keks. Was wollt ihr machen? Was für Schwerter haben die? Geil zum Messer. Oh. Da fand ich schon grad auf der eine. Das heißt Geschichtlichkeit. Die Dragon Claw. Die Dragon Claw. Ja doch. Die einen Dudes, die da doppelt angreifen konnten, die haben da auch was anderes, oder? Die hatten ja nicht einen Speer. Ja. Die hatten keinen Speer. Ja. Die Sperrtypen, die hätten da jetzt so einen Speer. Aber hier gibt's noch einen. Was heißt das? Skimitra ist auf deutsch. Skimitar. Skimitar. Ist das nicht auch mitgeschickt, weil das eigentlich ein Krummsäbel ist? Es ist mit. Ah, das ist Krummsäbel. Das stimmt. Ja. Ja. Das ist mitgeschickt. Da ist recht. Was war das? Wenn mein Bruder im Hintergrund. Toll. Ist euch schon wieder die Treppe runtergefallen? Two-Hand-Speer. One-Hand. Das ist ein Speer. Die ist neben mir. Nein, die haben Stichschaden. Der andere hat Slashing-Schaden. Also kannst du irgendwie den Krummsäbel nehmen? Das hier? Ne. Ich würde beides nehmen, aber... Boah. Dieser Kühlschrank. Ein Krummsäbel ist ein Stärkeschwärm. Stärken? Ne, das ist kein Krummsäbel, weil das steht hier Slashing. Und Slashing ist doch Stärke. Weil das andere ist Peasing. Peasing ist Slashing, ja. Und das macht ein D6. Okay, ein Speer. Speer macht auch ein D6, aber ist... Außer du machst den Two-Handing. Er kann nur zwei-händig machen. Ne, du kannst auch ein D8 machen. Ich weiß. Speer kann nur ein und zwei-händig machen, dann macht es ein D8. Und hat halt Reichweite. Speer? Ja. Ja, ist aber Peasing, ne? Also Geschick. Ach so? Äh. Noch besser. Wie viel Geschick hast du? Eins. Oh, okay. Dann Krummsäbel. Gut. Das Ding war Stich. So heißt das. Es war da ein D8. Ein D6. Ein D6. Wo haben die D8? Wäre bei der Waffe krass. Das ist jetzt schlimm. Das ist jetzt schlimm. Gut. Was sollt ihr mit denen Gefangenen machen? Wieder vergewaltigen, oder? Welche Gefangenen? Ja, die unten haben wir gefangen. Die schlafen noch von Kami aus Zauber. Ach so, die sind quasi gefangen. Er hat ihnen einfach eine Geschichte vorgelesen. Die sind dann gleich eingeschlafen. Er hat ihnen von seinem Leben erzählt, dann sind sie alle gleich eingeschlafen. Ich habe gehört, wir vergewaltigen die einfach wieder. Nicht schon wieder. Wirf mal, ob du Aids hast. Was war das? Ein W20, oder? Ja. 1 bis 10 ist Aids. Ah, ich habe kein Aids. Jetzt müssen wir die aber noch rufen, ob die Aids haben von mir. Obwohl ich kein Aids habe. Das ist ja letztes Mal schon übertragen. Dann wirst du noch einmal. Ah, jetzt habe ich Aids. Scheiße. Die haben Aids. Ah, ne, die haben es Aids. Ah, das ist gut. Und jetzt sind sie aufgewachsen. Was ist denn da hinten so weh? Ich weiß nicht, aber warum muss dein Mund so weißen? Das weiß ich nicht. Und warum leckt sich der Wolf die Nase? Also, was wollt ihr machen mit denen? Sohn. Tomislav tot. Ich müsste das tun. Ihr Captain, du wolltest doch mit dem unterhalten. Das hat das Maja gesagt. Wer wollte sich unterhalten? Der Captain. Was? Alter. So, guten Abend meine Herren. Nun, wie ihr seht, habt ihr kein Lager mehr, sondern Verwüstung. Ich würde gerne herausfinden, was hier los geht. Nimm dich. Was treibt ihr hier? Wir haben hier wache gehalten. Und dann sind wir letztlich eingeschlafen. Und überlegen jetzt hier Leichen. Das sieht wirklich gut aus für uns, gebe ich mal an. Genau. Da ist irgendwas Schlimmes passiert. Nun, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Euch habe ich noch Leben gefunden. Dann würde ich gerne herausfinden, was hier so rumtreibt, davor. Wir haben geschlafen. Dann ist die Drachenklaue gekommen und alles geweckt. Du hast gesagt Eindringlinge. Ich nehme an, ihr seid diese Eindringlinge. Nein. Verarschen kann ich mich selber. Hier liegen überall tote Freunde von uns und wir sind die einzigen Überlebenden. Die waren schon tot, als wir ankamen. Das kann nicht sein. Wie, da habe ich ja. Wir waren ja noch wach. Das kann nicht sein. Wie, da habe ich ja. Wir waren ja noch wach. Es ist halt unlogisch und dämlich, aber ich glaube, ihr wisst ja, wenn ihr geschlafen habt, ich weiß ja nicht, wir wissen ja nicht, wie lange ihr schon schläft. Du hast du Charisma plus 2 bis 1. Keine Ahnung. Hä? Achso, weil ich geübt bin, ich habe Charisma auf 1 und ich kriege ja plus 2 noch meinen Übungsbonus. Ah, okay. Ja, das rechnet das irgendwie so komisch mit drauf. Ich habe keine Ahnung, das zu sehen. Oh, okay. Okay. Ja. So, und wir halten hier halt Wache und sollten eigentlich langsam die Dranglauen oben ablösen, damit wir da oben Wache halten. Moment, kenne ich euch nicht von irgendwoher? Ja, seid ihr nicht diejenigen, die mit uns dieses Zelt angefeuert haben? Ähm, das waren die Kobolden. Ja, ja. Ja, und wir waren Wasser holen. Und auf einmal waren alle weg. Oh, mach mal. Ja, natürlich waren die alle weg. Wir mussten aufbrechen, weil irgendwelche komischen Typen geflohen sind. So ein komischer Halbelf ist aber in 2000 Lager ausgebrochen. Mit irgend so einem nackten Dully. Na, du hattest nichts an. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Meine Rüstung war weg. So ein nackter alter Mann. Ein nackter alter Mann ist auch noch weggerannt. Er hat ständig aus meiner Urinflasche getrunken. Dann gehen wir jetzt mal Wache rein, wenn ihr jetzt aus hier seid. Dann könnt ihr euch jetzt ein wenig aussuchen. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Sie sagt noch was zu denen. Nein. Okay. Ach ja. Äh. Ach, ihr habt einen Wolf dabei? Das ist irgendwie seltsamer, aber... Den gerätten, ja. Ah, ihr sprecht nichts. Gut. Ich bin hier nicht zurück. Doch. Du hast wirklich nicht sprechen können. Ich dachte, du hast... Ich habe nur Flick. Sockwunsch. Oh. Was? Hä? Du hast gesagt vorhin, ich glaube, ich kriege nur Flick. Nein, Markus wollte Wix haben. Ich habe dir beide gegeben. Oh mein Gott. Das ist beide. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe nur Flick. Nee, das ist beide. Du hast schon beide. Gut, ich stehe jetzt nach oben. Ich glaube. Was wollt ihr machen? Wir gehen in den anderen Gang lang. Den unten? Nein. Wo bin ich? Wir gehen hoch und zu den komischen Pilzen. Ich weiß nicht. Ich könnte auch erstmal den Raum, den du suchst. Könnt man auch machen. Kommt ein End, Boss. Und ein Bett. Wir finden Schwertscheiben. Oh. Die... Oder Schwertabesser. Die sind mit Drachenornamenten verziert. Die könnt ihr die anziehen, nehmen zum Beispiel und euch damit verkleiden vielleicht. Okay. Weil da gibt euch ein bisschen Würfe auf Charisma einen Vorteil, wenn ihr die habt. Um Leute zu überzeugen, dass ihr zum Kult gehört. Oder ihr könnt die vielleicht an interessierte Händler irgendwann mal verkaufen. Wenn ihr das... Könnt ihr euch... Also vier Stücke an der Wand. Die könnt ihr euch jeder einen rausschreiben. Oder einer nimmt alle und die andere nimmt andere. Irgendwurrscht. Das könnt ihr ausrambolen. Wie ihr das macht. Kult-Aufmünge. Kult-Schwerter. Also Schwertscheiben mit Ornamenten. Also mit Ornamenten verzierte Schwertscheiben. Das ist eigentlich alles, was du... Ich will mal kurz sich die Hände waschen. Kult-Aufmünge. 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 als du die teppiche entfernt sie ist ein teppich sich leicht absinnt als du den plan siehst du dass sich dort da ein schacht nach unten gibt da ist ein schacht nach unten da kommt ihr dann da ungefähr würdest sagen dass der schacht geht etwa so gut neun meter nach unten ungefähr ein meter breit man könnte sich dadurch zwingen aber kann ich da durch gucken siehst du nicht wirklich vieles ist halt dunkel dahinter ist halt licht aber sonst siehst du geräusche kommen da sind ja aber du kannst nicht deuten was das für geräumt sind ob das erst so was hörst du ja sonst was man das ist einfach nur neun meter lang oder breit meter tief tief genau drei meter breit passt dann bestimmt durch oder? aber warte mal ihr könnt auch den raum mal untersuchen ja die bücher da, der liegt mit bücher oder? also die bücher enthalten jetzt nicht wirklich was interessantes ein paar bücher sind über geschichten über tiamat geschichten über drachenkulte über drachengeschichten wird viel erzählt aber wirklich nichts interessantes aber als ihr auf einem der tische ist eine einfache karte der region der grünfelder ausgebreitet auf der die dörfer markiert sind die die kultisten angegriffen und ausgebreitet haben ein pfeil wurde auf die pate gezeichnet der von den grünfeldern in richtung westen zur stadt bergossen und zum handelsweg führt und dann in richtung norden ab ein separates papier enthält zahlreiche zahlenreihen und die notiz alles muss in richtung norden nach meier tier verfrachtet werden geht's mir erlaubt uns eine perlenkette einen ring und eine hand voll kleine steine zu behalten andere papiere sind in von geringer interesse die meisten enthalten schlechte poesie übertrag wir haben eine karte gefunden ich zeichne euch das mal gerne ein von eurer karte den weg von denen ich nehme dafür mal brav also da ist ja das lager die wollen ungefähr so gehen und hier nach oben und hier nach oben candle key der cloak wurde Und dann nach oben gehen und dann eben hier hoch gehen. Oh, nach Baldur's Gate. So, um die Persicht. Das wird nur die schwierigste Belagerung sein. So geht's, da ist der Weg uns. Naja, wenn wir später da hinwollen würden, dann könnten wir über Greenest, also hier so oben da, bei Bedus, da durch die Wiese durch, El Torell und dann nach links, weil wenn wir über Bergost und Candleleap durch den Cloudwood laufen, dann sind da bestimmt ziemlich viele. Ich glaube nicht, dass wir verraten haben, jetzt durch den Cloudwood zu laufen. Also ihr habt jetzt den Bereich hier abgesucht, hier halt, ne? Hier, wo ihr gerade richtig den Bereich habt, hier abgesucht, ja. Was wollt ihr da oben? Ja, könnt ihr auch, wenn ihr gehen wollt. Ja. Die kleine Kammer, die an der Hauptkammer anschließt, enthält ein Bett, eine Tue mit ähm, Frauenkleidern. Oh. Und hier eine zweite Tue, die ihre, die, ähm, die Drachenkultornate enthält und einen Schlüssel. Was? Drachenkultornamente? Nochmal so, Schwertscheiden oder? Nein, 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 das ist so ne, so ne, so ne lila, ähm, erinnert euch an die lila Frau, die ihr gesehen habt, im Green-Nest, Kleidungen. Ah. Können wir da so ein Kleid mitnehmen? Was, Kleidung? Ich bin da nicht viel schlank. Ich könnte es auch, ich könnte es auch anziehen. Ja, stimmt. Ja, die könnt ihr mitnehmen. Und die Schlüssel auch. Den Schlüssel auch, ja. Könnt ihr auch. Der ist am wichtigsten. Sonst ist da eigentlich nichts in Ordnung. Also das ist dann einmal Kultrobe mit Ornamenten, oder? Ja, Frauenkultrobe, ja. Frauenkleider. Ja. Also wenn ihr euch da reinzwängen wollt, eher zu nem Schneider bringen. Okay, jetzt die Frage ist, oder sollen wir jetzt durch den 9m Gang durchgehen, oder laufen wir außen rum und gucken, was da noch ist? Gehen wir einfach durch den 9m Gang, oder? Ach so? Ja. Ja. Ich habe eine Akrobatikprobe von euch, dass ihr da runterspringt. So. Und euch nichts brecht. Akrobatik, okay. Witzig. Ball. Du meinst? Oh Gott. Typisches 10er Ding jetzt schon. Klick. Okay. Geht schon. Klick fällt runter. Und wie Typ der Wolf ist das? Und Zock ist bei 9m. Ach so. Ach Zock ist bei 9m, okay. Wie gut ist das wirklich nicht. Und der Wolf, der kann ja nie runterspringen, ne? Ich weiß nicht. Ich bin mit Athletik. Ja. Okay, du schaffst. Zock fliegt aber den ganzen Weg runter. Rutscht aus. Wollte. Und er leidet 3w6 Wuchtschaf. Hahaha. 15, Alter. Okay. Dann benutze ich mal das. Ja, Moment. Nein, du nutzt jetzt noch gar nichts. Okay. Er kommt am Samstag wieder. Und hat kein Leben. Sein Charakter ist einfach tot. Sein Charakter ist einfach tot. Ja. Ja. Der liegt da. So, als ihr da unten ankommt, offenbart sich euch etwas. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich versuche die und kriegt sie. Oh, was weiß ich. Was ist das? Hallo. Wow. Hallo. Ja, seid doch wahre Kultisten, habe ich gedacht. Und du, alter Mann, du überraschst mich schon ein wenig. Erinnert dich dieses Schwert hier? Und er hat dein Schwert und tut es mit seiner Kralle so rumstreichen, die sich auf so einer Tafel anhört. Ja, natürlich. Nun, wie ich hörte, habt ihr da oben einige von unseren Kultisten getötet. Das hätte ich euch gar nicht zugetraut, alter Mann. Und du, Echse, ich bin enttäuscht von dir, dass du dich die Narren anschließt. Ich gebe dir noch eine Chance. Töte sie und du kannst bei uns mitmachen. Aber deine Entscheidung will ich gleich hören. Erst einmal, meine Leute können euch mit Leichtigkeit töten. Wir sind in der Überzahl und mächtiger als ihr. Ich schlage deswegen eins vor. Alter Mann. Wie damals, du und ich ein Duell. Aber diesmal... Tödlich. Sie stehen alle nur ruhig da und sie sagt... Nein, was macht ihr da? Wir können sie locker töten. Ja, aber das wäre nicht ehrenhaft. Und außerdem macht das viel mehr Spaß. Oh, okay. Aber unter einer Bedingung. Welcher? Das Schwert gehört mir. Nein. Wenn du überleben solltest, gehört das natürlich nicht an. Ich werde keinen Kampf anfangen ohne sie. Nun... Ich bin ja ehmächtiger als du, also sollte das kein Problem sein. Er schickt den... Oh da! Komm her! Bring ihn das Schwert! Wie gesagt, der wirft es jetzt einfach so hin. Oh, der kommt. Hier, er gibt es dir. Und dann geht er weg. So... Dann gehen wir in die Mitte. Und er läuft. Ihr dreht euch den Rücken zu und die laufen alle da nach vorne. Und die da verlässt den Raum. Nach oben. Lege da hin. So, ihr könnt... Die anderen können auch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ihr könnt sich da zusammen. Da in der Ecke ist einer. An der Ecke ist einer. Und der ist da oben. So... Wo wollt ihr euch hinstellen, die anderen? Hm... Wie? Also wir können uns jetzt einfach aufstellen, oder wie? Ja, ja. Ich bleib einfach hier stehen, oder? Und Flick? Wo bleibt Flick? Bleib da. Okay. Nein. Wie nicht gemacht. Nun denn. Alter Mann. Ihr seid stärker als ich dachte. Ich dachte ich werde euch nicht mehr sehen. Aber eine freudige Überraschung an so einem tragischen Tag. Ich langweilige mich schon so sehr. Machst du das hier öfter, so ein Duell mit anderen? Nun. Natürlich. Aber meistens mache ich das nur einmal. Gefällt das die anderen in deinem Ohr? Oder... 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 Wisst nicht, wie man wird... Oder ihr seid... Ihr habt den Wunsch nach Tod, dass ihr mich zweimal gegenüber dreht. Wie dem auch sei. Macht euch bereit. Würfel Initiative aus. Und danach kannst du noch wieder in den Weg. Gut. Du. Beginnst. Okay. Dann muss ich mal überlegen, wie ich anfangen werde. Bin mir sicher gar nicht Stufe 3 da muss. Oder doch? Ne, das war ich noch nicht. Ich glaube, du hast Stufe 2. Ja, dann habe ich zu viele neue Fähigkeiten. Okay. So. Okay. Plus 5 auf Überzeugen wird nicht klappen. Okay. Das auch nicht. Immun gegen alle Krankheiten. Sehr schön. Äh... Wie dunkel sehe ich. Das stimmt. Der macht keine nekrotische oder gleißende Schaden. Nur letztes Mal. Und ich habe gar keinen Fall mehr heilen. Außer zweimal Wunden heilen. Jetzt muss ich die Zaubersprüchen gucken. Okay. Das habe ich ja nicht. Das Gegenstand. Fuck. Nein. Ja. Da kommt doch bitte nochmal. Bleibt da. Und beobachtet euch. Ja. Ich bin aufmerksam. Und er geht auch hier hin. Und beobachtet euch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht einer, von denen rührt. Dötet sie. Ich will keine Einmischung haben. Ich schlafe alle. Okay. 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 Ähm. Nun. Lassen wir uns anfangen. Hä? Und zwar benutze ich schon das. Mein... Final Form. So. Um zu verwandeln. Andere Keaturen innerhalb von 3 Meter. Äh. Okay. Niemand wirklich da. Mehr. Außer er. Was muss ich jetzt machen? Okay. Wenn er... Wenn er dran ist, muss er... Wenn er dran ist, was ist das? Wenn er dran ist, muss er ja... Charisma Rettungswurf gegen irgendeinen Wert. Dass ich noch gucken, wie der gucken muss. Ja. Mein Übungsbonus plus mein Charisma Modifikator. SGA plus Übungsbonus war... Plus... 3 oder plus 3? Nein, nein. Übungsbonus ist 3. Glaub ich. Immer noch. Oder? 3. 3. Ja. Und der Charisma Modifikator ist... Plus 5. Oh, ja. Dann 6. Muss er schlagen. Okay. Und der Charisma Modifikator. Und der Charisma Modifikator. 3? Ach, okay. Dann 13. Ja, okay. Den 13. Gut. Aber... Was ist denn Übungsbonus denn? Auf Bordens A von 2? Da steht's oben wie nur... Also... 13. Also... Also... 13. Genau gegen 13. Musst du's später machen. Ja. Okay. Kann ich nochmal ein Bonuss Aktion machen? Ahn... Okay. Sauber. Standard Aktion, Standard Aktion, Standard Aktion. Standard Aktion. Aktion, Standard-Aktion. Äh, was ist das? Man steht nicht mal drauf. Warum? Wups, nein, nicht das. Falschgeklickt. Tatsächlich alles nur Aktion. Okay, fein. Das sind nur Aktionen. Schlafen. Wer macht mal irgendwas? Na? Wer macht was? Wie? Hm. Was? Du musst angreifen, du musst. Du solltest manchmal dieses coole Heft auch. Okay. Wenn ich hier also hilfst. Du machst zwölf Schaden. Machst du in eine Ransch... Uaaaaaah. Damit ist er dran. Er muss jetzt erstmal gegen... Keines Mal. Ja. Ja. Und... Manch einer würde Angst bekommen. Ich sehe das als Herausforderung an. Er hat 20 gewürfelt. Richtig. Wirklich. Ja. Er zieht sich auch aus. Und ähm... Du musst jetzt... Ja doch. Nein. Ähm... Ja. Du dagegen. Aber er zieht auch seine... Nee. Er zieht nicht seine Rüstung aus. Aber... Ja. Er bewundert dich ein bisschen. Ja. Ja. Nein. Schlag! Und er greift dich an mit seiner... Dings. Und er trifft und macht dir neun Schaden. Oh nicht ein Minus 33. Okay. Und er holt ihn nochmal aus mit seinem Schwert. Und... Er trifft... WIEDER! Und macht dir... Drei Schaden. So ein Streiftreffer. 1, 1 und 2. So. Richtig. Okay. Dann bist du dran. Okay. Ich habe jetzt so einen coolen Drachen. Grün Schleichdrachen. Scheißdrachen. Hast du das letzte Mal geschrieben? Ja. Scheißdra... Scheißfiguren. Scheißfiguren. Nee. Schlechtfiguren. Schlechtfiguren. Ja. Ich sehe gerade die schlechte Figur. Das habe ich so gelesen. Es sind zwar schlechte... Es sind schlechte Figuren. Aber sie sehen irgendwie geil aus. Okay. Und dann... Steif. Schleichfiguren. Äh... Standardaktion ist nicht gleich... Äh... Angriff, oder? Wie? Doch. Doch. Aktion ist eine Aktion. Ein Angriff ist ja auch nur eine Aktion. Okay. Man ist ja eins oder des entscheiden. Mann ey. Dafür kämpft man im Team. Aber nicht jetzt. Ja, die anderen können jederzeit eingreifen, ne? Ich weiß. So ist dann... Schleift die anderen auch ein. Ja, das war schwer. Weil wir haben zwei Titanen rumgehoben. Okay. Es wird wahrscheinlich ein letzter Zug sein. Dann hau ich alles rein. Dann tu ich noch... Divine Smite. Das war ja ein Schwert. Du triffst gerade so, ja? Nein. 22, ne? Oder? 22, ja. Das war's. Du holst nochmal aus. Und... Er trifft nicht. Oh man. Du bist dran. Du kannst nur einmal machen, oder? Ja. Wichtig. 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 Nein, du gehst dann nicht. Ansonsten... Ein... Ja, okay. Das kann sich immer aussuchen, ne? Wichtig. Okay. Dann... Los geht's Würfel. Ein Herz der Würfeln. Du triffst nicht. Okay. Halt drank. Wie viel war das? Ähm... 2... D4... Plus... 4, glaub ich. Oder was? Plus 2. Ich kann ja auch nur eine nehmen. Natürlich. Ahhhh... Bleib bloß die Hälfte. Sieben. Bleib bloß die Hälfte. Natürlich. Ja... Sieben. Entschuldigung. Und er tut seinen Atem freilassen. Ich muss... ähm... ein... ein Rettungsbook auf Konstitution machen. Wie? Wie bist du? Wie? Du musst du... Kein... Hat er alle nekromatische Mantel ja überlebt? Ja, er ist... Hat mir 25 gelogen. Er hat mir 21 gelogen. Er muss... Ja, er ist... Und jetzt. Er hat sie jedes Mal überlebt. Na ja. Nur einmal Würfel. Einmal? Alter 25. Ja, wenn du richtig Würfelst. Wenn du drittisch würfelst. Ich meine mit einem Mantel, meine ich. Braucht der ja nicht, der hat ja keine Schiss vor dir. Weil der kritisch gemacht hat. Er macht dir 10 Schaden dadurch. 10 Schaden? Genau. Ups, 190. 190 Schaden, ja. Dann ähm. Hol dir nochmal mit deinem Schwert einfach raus. Und das ist... ...kleb. Himmel. Du hältst dich wacker. Doch wirst du uns im Scheitern beurteilen. Das werde ich erst am Ende sehen. Ich bin stolz auf mich selber bis zum Ende. Und ich kämpfe mit diesem letzten... ...letzten Zorn. Jetzt gibt er noch eine Ohrfeige, der stirbt. Oh, du triffst? Nein, ich darf. Ich kann sterben. 23. Oh shit. Er zwingt ihn auf die Knie. Und gekämpft, Kleiner. Und er... ...mach du mal einen Athletikwurp. Oh shit. Es ist nicht zu Ende. Ein Loch stürzt ein. Okay. Er schrückt dich weg von sich und rennt. Sechs. Da? Und die gehen jetzt auf euch zu. Initiative? Hallo? Wof. Die gehen auch weg. Auch ganz schnell weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt allerdings zu tief auswirken. Ja, okay. Was hat der jetzt gemacht? Er ist weggerannt. Was? Ich auch. Du warst nicht da, oder was? Mit dem Ipsch kann man es nicht da? Es soll, dass ich langsam bin, aber ich hätte sterben können. Ich hab grad noch was gelesen. Ich sag mir, der Kampf dauert bestimmt eh bisschen länger. Holy shit. Jetzt habe ich mitbekommen, dass Storm fast gestorben wäre, aber... Ja, Storm hat... Christian hätte ihn auch fast geführt. Ich meine ja beide. Sehr knapp sechs Leben hier. Dann hätte er noch einen krassen Schlag gemacht, dann... ... Dann ist er aber... ... als Storm ist er dran dran. Also, was machst du? Das gefällt mir nicht, was er da macht. Ich muss sehen, was er jetzt rumtreibt. Dann... Zuerst meine... ... Bonus-Aktion wohl. Nämlich 1 Halt-Trank. Nämlich 1 Halt-Trank. Ach, also? Eins mehr ist... ...holen. Gut. Seid die... ...alle Netteste. Okay. Oh, die Küche nicht. Die Küche nicht. Ist nicht erkennbar, dass die Typen eigentlich wegrennen komplett, oder warten sie dort? Ich warte da. Ähm. Also, dass wir die... Weil wir... Dass wir den... Wir sollen uns aufhalten. Wahrscheinlich. Okay. Da... Habe ich noch was auf Lager. Stimmt, ich kann nicht mehr zaubern. Nicht schlecht. Wenn ich dort jetzt sch... K.O. gehe. Es wird lustig. Okay. Ungesehenes. Okay. Ups. Kann das nicht mehr machen. Jetzt nur noch nur Masha. Ja, du drifst. Wir. Ja. Ja. Zack, ist das geil. Zack, ist das geil. Ja, okay. Gut. Ja. Hier hin. Und... Das... Das kann man... Den kann man bestimmt nicht... Mit der dran. Ja. Man kann bestimmt mit dem langen Bogen treffen. Ja. Ja. Und... Ja. Oh, 14. Ja. Welchen wolltest du? Den hier. Okay. Ja, okay. Ja, später. Ja, du drifst. Das ist... Boop. Zack. Ja, du... Weil du ihn noch nicht kennst. Und anscheinend auch nicht durchgelesen hast, dass du das in der Pony hattest. Mach mal Huntersmark auf dem Davor. Was ist... Ha... Hunters... Huntersmark. Was macht das? Oder kennt man dann, oder weiß man dann was der kann, der Dude. Ich sie das durch und zack mir, ob du das davor aktivieren wolltest oder nicht. Wie heißt das? Hunt es mag Hunt es mag Es sei ihm Ich kenne das in Dio? Es ist von Ding, es ist ja von Von Zock Hunt spray heißt es, okay wie Hunt es mag Huntes spray Aber du hast eine Spraydose nach dem Ah You gain one of the following Features of your choice Warum hatte das Moment, Mama ist alles nett Weiß nicht Hunt es mag Was hat der denn genommen Na wenn der hat das doch nicht geskillt Doch er hat das aber Er hat es nicht hingemacht ganze Zeit im Kopf gemacht Logisch Da hab ich es jetzt hingemacht Hunt es mag Ist quasi sowas Dass du extra Schaden machen kannst Wenn das einer hat Wie auch kann man das machen? Ja Das kostet einen Magieplatz Ah 3 Dinger, okay An der Huntes Magie An der Huntes Magie steht es auch grad Oh 6 Schaden Okay Ne das musst du ja dann raus Aber du kannst es dann einmal drücken An der Huntes Magie Also das aus Dann wählst du die Kreatur aus Wenn die stirbt Und da ist noch eine andere Kreatur Kannst du das auch auf die andere machen Aber das kostet trotzdem dann Aber das kostet trotzdem dann Witz Aber wenn der Kampf dann zu Ende ist Dann ist halt dein fix Also auf der ist jetzt ein Huntes Mag Okay Das tue ich mit Dem dann hier Nein das reicht Du musst jetzt den Huntes Mag nochmal drücken Christian Okay Und dann so Nein Hä Ich hab's doch angeguckt Muss ich nochmal würfeln Einfach so Ja würfeln wir einfach so Aber mach dann das Huntes Mag an Nicht an Moment Du siehst bei deinem Bei dem Charaktersheet Huntes Mag bei Langbo Ja so oder was Mal drauf einmal Genau 3 3 Schaden mehr Also machst du quasi 8 Schaden Nächstes Mal machst du dann einfach Huntes Mag an bei dem ja 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 Gut Dann ist Wer da dran Ja Er ist natürlich ein bisschen sauer Und er holt mit seiner Axt aus Und er trifft Und macht dir 11 Schaden Bom voyage Aber ist Blick an der Reihe Oh oh Und hat der so Nadel Achso der ist Der ist Der ist Santos Mag Ah ok 12 Meter Ah der ist da Das ist Das ist Der ist Ah ja War das so ein höchster Wert oder einfach einen normalen Wert? Ich war jetzt nicht der höchste Wert. Fuck. Okay. Er kann ihn nicht komplett töten. Oh doch. Mehr als mich komplett töten, aber er kann. Höchster Wert ist ja 15. Und Flick hat Rüstungsklasse 13. Nun gut, ich hab ein BISS. Weiß. Oh my god, ist das so viele Würfeln? Ja, 19. Acht Stichschaden. Was? Acht? Und er muss ein Stärke geben. Er schafft es nicht. Er liegt da oben. So ein riesen Kerl. Warum macht es das jetzt doppelt immer? Ich fände es dran. Ich würde auf den, oder? Der liegt am Boden, oder? Der liegt am Boden, aber du bist immer noch ein Nachteil, weil es ein dunkler Raum ist. Und du könnt als Zombies treffen. Oh shit. Aber den kannst du treffen. Weil im Moment ist der überhaupt dunkel daran, da muss ich erstmal gucken. Der ist der gar nicht dunkel. Ne, der ist nicht dunkel, der wird schon erleuchtet. Aber wenn du ihn angreifen willst, ist halt die Chance, dass du kommst da. Den da driffst du normal. Ja. Den greife ich normal an. Oh. Oh. Ah, 16. Cool. 4. 7. In die Fresse. Er ist jetzt ein bisschen wütend auf dich, als du ihn angeschossen hast. Der rennt zu dir. Oh. Als ob der ein dunkel Gesicht hat. Ist ja nicht dunkel. Ist alles erleuchtet. Erleuchtung. Er ist mit seiner Axt dich an. Und er trifft dich. Und macht dir fünf Schaden. Bing. Tamiya ist an der Reihe. Warte. Eine riesen Axt. So, warte mal. Ich geh hier hin. Und nutze jetzt meine Hände hoch. Hat der mich jetzt eigentlich getroffen? Ja. Wie viel hat der mich gemacht? Fünf. Fünf? Okay. Giftspudiad und Gerüst. Ja. Der muss in die Situation zurückkommen. Jo. Der machte ihm zwei Schaden. Weil er es geschafft hat. Dann... Tom ist noch an der Reihe. Okay. Dann... Yippie-kai-yay. Greif ich ihn an. Okay. Ja, ne. Du griffst nicht. 14 nicht. Du hast zwei. Achso, du bist im Vorteil. Ah. Doch, da griffst du. Ich triff jemanden. Komm, die 200 Schaden. Elf. Schaden. Die explodiert. Zock ist an der Reihe. Er ist noch am Leben. Oh mein Gott. Das für ein ewigen Digga. Okay. Wie viel Schaden hat er schon gefressen? Ein bisschen. Okay. Ich mach noch eine Fähigkeit rein. Sofort nachdem ein Angreifer innerhalb von 9 Metern dich hoch jemand anderen als dir mit einem Angriffschaden zuflügt, kannst du deine Reaktion nutzen, um den Angreifer einen Weisheitsrettungswurf abzulegen zu lassen. Dann geschrieben, wo er leidet der Angreifer gleich leistende Schaden in Höhe des Schadens, den er gerade zugefügt hat. Bei einem erfolgreichen Wurf erleidet er die Hälfte dieses Schadens. Äh, 9 Meter. Loll, das trifft auf ihn. Aber ich muss ein Eingreifer wählen. Ich hoffe, er stirbt. Dann mach ich's auf ihn. Okay. Ja, das ist... Was er immer von Schaden macht, dann kriegt er die Hälfte zurück. Ja, vor allem Gewalt bestrafen. Das ist... Das erinnert mich irgendwie an... Ein Zock ist er da rein. Dann... Dann rechn ich da, dass er... Ups, falsch. Dann rechn ich da, dass er jetzt stirbt. Mit einem... Äh... Okay. Ohne Hand, das mag zuerst. So. Nein, das musst du aktiviert haben. Ganze Zeit? Okay. Nicht Schaden auswirken, muss es wirken. Okay. Dann mach ich's aktiviert. Ah, okay. Das machst du beides gleichzeitig. 27... Ja, griffst. Und dann dein Bogen. Und dann nochmal Hunters macht. Moment, ey. Was hast du zu packen? Hm? Woher kommt eigentlich jemand bis 5? Ach, Huntersmark. Ah, okay. Nein. Nein, Huntersmark macht nicht das. Nein, Huntersmark macht nicht das. Huntersmark macht nicht das. Jetzt. Ich weiß, dann... Wollt es ja ausmachen. Ja. Ich weiß nicht, wie genug ist. Aber ich hab ja 22 dann sowieso gewürfelt. Weil das aber das falsche ist. Dann mach ich 11 plus, wann das mag. Gut, dann muss ich mal kurz was gucken. Ja, ja, mach du schon mal. Das mag 1. Also 12, ne? Ja. Ja. Er lebt noch. Ich hab's noch nicht. Oh. Aber ja, er lebt noch. Mach du Scheiße. Ich glaub... Ich schade, mach du 11, gell? Ja. Ne, 12. Ja, er lebt noch. Auch wenn du zwölf machen willst. Okay, das muss ich später machen. Gut. Ah ja, dann ist der dran. Und der greift jetzt mit seiner Axt flick an. Oh, du wirst ihm viel erzählen müssen, dass er sein Wolf-Tugel ist. Und er trifft ihn und macht ihm neuen Schaden. Echt? Was hat der gewürfelt? 14. Und? 13. Ah genau 13, genau. Wie viel? Neun Schaden. Wow. Und jetzt ist Flick auch an der Reihe. Und der Nachteilswürfel trotzdem klappt. Okay. Das... Dürfst nicht. Dürfst nicht. Dürfst nicht abschaden. Dieser Würfel ist ja mit so vielen. Keine Ahnung. Weil das 2d4... Weil das... 2d4... 2d4, ja. Wir haben 2d20s und 2d4s. Kalt. Dürfst nicht. 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 Ich hab eine andere in der Offhand. Ja. Also ist es eigentlich wurscht. Was mit beiden gleichgeschade. Ja. Das Напier macht halt einen D8 und das andere macht eben D4. Ja, aber insgesamt ist das ja Scheißegal. Du bennst. Das flyt nicht braun. Du hast ihn getroffen. Machst du sonst noch irgendwas oder nicht? ich kann ja ich kann ja glaube ich mal sonst nicht wirklich machen macht ihr elf schaden und sich selber schaden und macht er sich selbst ach so wegen ding sofort nach dem ein das geht sofort und wahrscheinlich er muss weiß eine weisheitsprobe ablegen es ist bei dir auch dran steht was gegen was er wirken muss bei zauber aber weist er jetzt rettungswürfel sind gegen zauber ist 13 bei dir hat er nicht geschafft also fast gut dann ist tamja dran was du triffst Ja, was ist denn ein Schaden? Er friert. Konstruktionszeichen ist los. Wo ist der Mann? Den schafft er aber. Tom ist da mal in der Reihe. Das stirbt doch endlich. Zupendet oder obwohl? Also. Mein Vorteil, ich habe nur neun. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, was wirst du machen? Dann, ähm. Ich hab eigentlich alles reinkopiert, was im Buch steht. Es steht ja nicht drauf, ob ich hier lange raus oder nichts machen muss. Wie oft ich das machen darf. Ich glaub, weil du bist dann. Wo war denn das Ding gestanden? Im Buch? Ich glaub, du hast mir wieder geguckt. Ja, das Ding könnte aber auch so sein, sowas wie höllischer Tadel. Das ist dann so ne, das ist dann so ne Einmalreaktion. Wenn es einmal passiert, es triggert und dann wird es ausgelöst und dann ist es wieder weg. Ich werde mich auch verstehen. Ah, ich schau nochmal nach. Warte, du bist Paladin. 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 Du wie der Ex-Meister. Hurensohn. Schemper. Klär. Paladin. 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 Reg. Hurensohn. 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 Wie heißt das? Gewalt bestrafen. Gewalt bestrafen für Recht und Ordnung. Hurensohn. Für was? Woher hast du das? Hier steht drauf Paladin Stufe 3. Okay, dann kann es sein, dass du bist durch die Dings heißt, ne? GFC. Ich schaue nach. Ok. DnD5i Gewalt bestrafen. Wikipedia Körperstrafe. Thank you. Jetzt steht es nirgendwo drauf. Ok. Hätte ich nicht gedacht. Pala-Din. Level 3. Ok. Ok. Ach, stimmt. Ist ja ein Schwur. Irgendein Schwur war das. Schwur, schwur, schwur. Hast du das Schwur der Leuchterung oder was? Das war Schwur der Leuchterung. Kann sein, ja. Nee. Schutzzauber göttliche Macht? Nein, Schutzzauber göttliche Macht. Heilig zum Schlaf? Nein. Wo hast du denn das? Nein. Was ist der Leuchterung? Ich komm gleich, vielleicht muss ich noch Kohlertein. Ja. Okay. Viel Spaß. Okay, ja, Schwur der Erläuterung. Gefalscht bestrafen. Schwur der Erläuterung. Du kannst die göttliche Macht fokussieren, um jene zu bestrafen, die Gewalt anwenden. Dann habe ich das ganze Ding kopiert. Ja, das kann man bestrafen. Da steht aber wirklich nichts. Denk mal, das wird einmal gehen. Uff. Dann lernst du die Folgen in zwei Wege für die göttliche Macht fokussieren. Das Lande des Feindes und Gewalt für die Strafe. Ja. Ja. Du hängst Schützzauber auf bestimmte Pfaderdienststunden, so wie die Zauberteile Schwurze Obo angeht. Ich schau mal, was da drin steht, was bei Schwurzauber zu beachten ist. Bei Schwur allgemein. Schwurzauber. Bei Schwur allgemein. in der Politik. Das ist sehr süß. Danke schön. Beide, Wärtssatz, nur wenn man die Zauberteile schreibt. Guck mal, wie es in der Zeit ist. Ich liebe es. Einmal. Einmal kurz oder langer Rastangegen? Du musst halt fokussiert sein, eigentlich. Fokussiert? Das heißt, du hättest jetzt nicht auf den das machen können und gleichzeitig den anhalten können. Ach, das ist fokussieren. Dann hättest du dich auf einen Gegner fokussieren können. Und wenn du angegriffen wirst, wird es aufhören. Wenn du dich nicht mehr auf den konzentrierst oder du von irgendjemand angegriffen wirst. Und den Faden erleidest. Alles klar. Schreib dir das nur hin. Konzentration. Okay, dann kann ich ja eh nichts mehr machen. Ja doch, dann schon. Was hast du zum Beispiel? Angreifen. Nein, hast du ja schon. Du kannst aber Heiltank nehmen oder irgendwas anderes. Aber wirst du... Gut. Dann ist Zocker in der Reihe. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht mehr zaubern, kann mich nicht mehr heilen. Aber alles schon benutzt. Aber du kannst Heiltank machen. Du hast keinen mehr. Alles schon. Weg. Jetzt Zocker in der Reihe. Ah, gut. Ja. Mach ich genau dasselbe gegen den da. Der liegt am Boden. Der müsstest du eigentlich normalerweise treffen. Weil der auch ein Nachteil ist. Ohne Tüche. Also du bist ein Vorteil quasi. Ja, du griffst mit 18. Ja. Plus 2. Stimmt's nicht. Mach auf jeden Fall den Dings aus und würfel dann einfach extra. Ich kann das mal. Ich verstehe nicht warum wir hoch. Okay. 9. 15. Und damit ist er tot am Boden. Endlich. Wenn wir wieder runter gehen. Wie viel hat er jetzt 300 Lebenspunkte geführt? Dann ist Flick an der Reihe. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 7. 7. 8. und dann wärst du einfach tot aber wenn der wenn du am boden liegst und jemand haut noch auf dich ein ja dann dadurch auf minus 33 dann bist du auch tot er ist weg da ist ja ich habe jetzt ich habe einen verbündeten verloren kann ich dann flieg essen 225 erfahrungspunkte jeder von euch oh ich sehe das level ab ja ich sehe das level ab kranker manager zock eintragen ja warte was hast du also wieviel erfahrungspunkte war es 225 moment da muss ich jetzt mal kurz nachschauen hat peter schon geantwortet nein entweder pender was gerade oder warum kann der nicht aufsteigen der gibt der geht nicht der wird eh in den wahren dnd fashion müssen wir seine leiche mitnehmen und ihn zu einem kleriker mitbringen jetzt gesagt ich esse einfach seine leiche okay wie viel nochmal 225 das gehört auch mit dem kampf gegen große halb drache oder der nicht besiegt wenn du unbedingt willst dann kriegst du halt 50 erfahrungspunkte 50 nochmal dazu ja weil du gegen ihn gekämpft hast gewonnen okay wenn er jetzt in einem nächsten cgi cutscene stirbt krieg ich dann noch extra können wir jetzt eigentlich schon aufsteigen oder müssen wir das spiel können oder können wir jetzt dass ich jetzt endlich dass ich dann nicht mehr beschweren muss dass ich ein 6 ihr könnt auch wenn ihr seid jetzt in den machen ja ihr könnt ja jetzt glaube ich die gute erhöhen ihr könnt euch Talente holen und dann halt die Attribut Erhöhung sagen wir wollen das ist Grappling ah to grab a creature or wrestle with it you can use the attack action to make a special melee attack a grapple if you are able to make multiple attacks with the attack action that replaces one of them oh interessant so sie nochmal ganz hoch gehen oh nee das ist jetzt vom wiki ok Talente könnt ihr euch holen 100% Grappler müsst ihr mir halt dann sagen ob ihr jetzt das wollt oder ob ihr die Attribut hmm use action to try to pin a creature this will make another Grappler check ja gut ich müsste da erstmal gucken man muss dann aufpassen der Gegner muss dann jedes mal so ein Geschichtlichkeitsrettungswurf in Nachteil denn schaffen dass er dann befreien kann aus dem Grapple oder wie genau ok ich weiß nicht ob sich das lohnt was machst du denn da eigentlich dann hast du dreimal gewürfelt für HP oh das war ich weiß nicht also hast du 2 es ist eigentlich nur nützlich für für Leute die in Nachkampf kämpfen ok logischerweise beim Grappling ja wenn ich zum Beispiel jedes mal einen Vorteil wenn ich es geschafft habe so du kannst dir da auch die Talente durchlesen oder? ja ja das Talente steht dann mit dran wenn du das auswählst ist und das zeigt durch muss man nix auswürfen ob das klappt du machst es einfach so Ramp 13 oder höher ja gut das könnte ich ich könnte den Grapple nehmen ich weiß nicht ob ich den Grapple nehme das heißt es es ist greifen ich greife einfach jemanden und der ist dann im Nachteil um sich zu befreien und ich mach dann quasi ne und ich mach dann und ich hab dann und ich hab dann einen Vorteil immer genau gegen den aber ich kann nur den du dann angreifen den ich dann weil er dann quasi beide also wir können halt wir können halt da nichts machen der Dud und ich der Dud muss sich halt befreien und ich kann halt immer angreifen währenddessen und noch eine spezielle Regel er muss er muss natürlich nicht zweimal so groß sein wie du ja klar ich kann jetzt ich kann nicht einfach ich kann nicht einfach hingehen und nen Drachen oder nen Ogre dann einfach so irgendwie in den Schwitzkasten nehmen und dann kann er nichts mehr machen das wäre ja komplett wack das stimmt es wäre es es gibt das ist ne coole spezielle Regel du verwendest dafür dann beide deine beide Arme das heißt du kannst schon eher angreifen da kannst aber nichts mehr anders tun ja zum Beispiel ein Heiltrank du hast ja deine Hände voll ja du kannst ihn ja logischerweise aber du hältst ihn ja auch fest klar oder du machst einen Heiltrank und greifst nicht an ich meine halt damit kann ich halt so nen Dude aus dem Kampf erstmal rausnehmen weil der sich ja dann erstmal befreien muss und noch ein spezielles Regel du kannst den auch mit bewegen solange du weißt dass deine Geschwindigkeit halbiert wurde und dass der Kreatur wieder mal nicht zweimal so groß wie du ok und wo genau steht das alles oder oder der Kreatur ist halb so groß wie du denn kannst du ohne Geschwindigkeitsmalus bewegen ah ok must be no more than one size larger than you and must be within your reach ah ok one free hand ready to save the target 2 kann grapple machen oder gibt es irgendwo anders eine andere Klasse der das anders machen kann das ist Stärke 13 du musst mindestens Stärke 13 haben ich habe ja Stärke 14 ja du kannst das wahr ja ich meine halt ob ich das ich frag ja grad aus Daumen ob ich das nehmen soll ob das nützlich ist oder ob ich einfach meine Attribute erhöhen soll ich würde gerne Attribute hören ich habe 3 Attributswerte ne 3 Attribute die ich dann erhöht lernen kann wenn ich sie erhöhe ich könnte meine Intelligenz auf 16 setzen und den Rest durch ich mache meine Geschicklichkeit auf 18 dann komme ich auf 4 dann habe ich mehr Rüstung auch Stimmt weil deine meine Geschicklichkeit ist meine skaliert ja unendlich mit Geschicklichkeit ja weil ich habe ja keine wirkliche Rüstung ich habe ja nur eigentlich meine Haut und ich laufe immer nackt rum so ist dann natürlich auch jetzt ist die Frage nehme ich den Grapple oder mache ich hier meinen Attributsbonus weil der Grapple hört sich auch nicht schlecht an ich muss da nochmal gucken muss ich da wirklich auf nichts würfeln wenn ich das mache hier grab a creature or wrestle with it you can use attack action to make a special melee attack if you are able to make multiple attacks with the attack action this attack replaces one of them um ok also ich mache das einfach dann oder muss ich dann einmal quasi attack würfeln ich schaffe das dann grabbe ich den oder wie weil ich finde das steht halt irgendwie nicht genau dran aber ich würde also ich würde so machen dass du ich würde so machen dass du hier steht eben daran you can use the attack action to make a special melee attack ok das ist halt dann die die normale Aktion die aber du benutzt ja auch eine normale Aktion um einen Angriff zu machen ich bin seltsam weil wie kann der sich befreien es wird jede Runde immer geguckt ja aber wie Geschichtlichkeitsrettungswurf im Nachteil steht das nicht drin so it must succeed a strength athletic oder dexterity acrobatics check contested by your strength athletics check also wir machen dann quasi eine Probe gegeneinander und der der höher ist der gewinnt dann quasi anfangen gleich aufmachen wahrscheinlich ja das musst du halt wahrscheinlich schaffen ja klar ich muss halt höher sein als der andere sonst befreit er sich ja ja dann nehme ich den Attributsding ne Moment ne ne Quatsch mit dem Geschichtlichkeitsrettungswurf äh äh fuck ok du kannst ein Grappling machen du kriegst dann eine Fähigkeit also dass Angriffswürfe Vorteil sind dann kannst du ein Grapple Check machen dass er dann eine dass er dann äh äh restrained wird dann dann kann er null Geschwindigkeit bekommen und so weiter das was ich vorhin erzählt hab ok und dann hat er auch Nachteil beim Angriffswürfel ja was zum geilsten Grapple Check jetzt also Grappling also eigentlich Wieso weil die 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 sind ab irgendwie die 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 Ich könnte theoretisch 2 neue Zauber auswählen und dann das Attributor, oder? Warte, du kriegst jetzt erstmal, du bist der Chaos. Okay. Du kannst ihn einfach nicht so Grappling machen. Du machst einen Athletikwurf und der muss gegen seine Athletik oder seine Akrobatik schlagen. Wettererhöhung und du kriegst einen Zauber der Stufe 2 und einen Zaubertrick. Dazu. Rauscht eigentlich bei dir die ganze Zeit im Hintergrund? Weiß ich nicht. Wir haben doch gerade damit auch schon geklärt, das müsste Kühlschrank sein, der steht nicht so weit weg von ihm. Dann wäre ein Handy wahrscheinlich. So, macht den. Spannend und so weiter. Also, hast du schon gewürfelt oder willst du den Durchschnitt nehmen? Bei dem Wurf, bei der Stufe. Mit dem Leben. Mit dem Boden. Aber die kleinen Reifen. Mit dem Boden. Du bist drauf gekommen. Hä? Wir machen beide nochmal zusammen. Geh mal aufs Start. So, dann rein. Jetzt hast du einen Entwurf. Entwurf, genau. Ist zu viel. Dann weiter. Dann genau, festest du dir nochmal zusammen, was du kriegst. So, jetzt kannst du dir aussuchen, ob du deine Attributes-Werte erhöhen willst oder ob du ein Talent haben willst. Was ist das Grappler nochmal? Das ist das Ringer, was du merkst. Das Grappler, ja. Das ist das mit dem Ringen. Aber ich glaube, ich nehme die Attributes-Ding. Ich glaube, das kommt mir eher zugute als das Grappling, weil das ist mir regeltechnisch jetzt ein bisschen zu... zu viel. Da kriegst du dann wieder die DFA-Vipes. Dann nehm ich doch Intelligenz auf 16, also plus 2. So, Zauber. Ich habe mir einen Zaubertrick. Sobald es mir das anzeigt, um die Spitzkraft. Und einen Level 2 steht hier drin, zumindest. Du kriegst, ja, einen Zaubertrick und einen der Stufe 2. Ich zeig's wirklich null an. Ich zeig den Feuerball. Das wird auf 4.5. Den Firebolt. Feuerblitz. Ja, du musst du den ausgeben. Ja, ich versuch's. Ich raubier das nicht. Guck. Jetzt. Und dann noch einen, drei und zwei. Genau. Unsichtbarkeit wird auch ganz cool, ja. Unsichtbarkeit, Invitability. Aber lies es dir erstmal durch, nicht, dass es irgendwas anderes bringt. Ach so. Du kannst dir auch durchlesen. Magic Mauch, das bringt fest. Was ist das? Das habe ich gar nicht ausgewählt. Ja. Kann man da nicht mit denen, kann man da nicht in Gedanken mit den Leuten reden oder so? Nicht so ein Telepaten-Ding? Ja, ich glaube schon. Bist du noch dabei? Ich, 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 so, guck. Ich lese mich mal durch. Ja, ne, ich, mein, dann mal küsst. Aber ich bin schon fertig. Du bist schon fertig? Ja. Du willst, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst. Ja. Peter tut halt dann seinen Charakter selber machen. Jo. Hätte ich auch gesagt. Da er sein Wolf schon tot ist. Das finde ich so gut. Wobei, das wäre irgendwann so, dass wir hätten so eine krassen, großen, krassen Gegner bekämpft. Ich glaube, das wäre dann so oder so passiert, dass dann der Flick einfach irgendwie draufgegangen ist. Ja, du hättest ja sowieso draufgegangen, wer. Ja, du hättest ja sowieso draufgegangen. Was hast du jetzt gemacht? Geschicklichkeit hochgeboostet, oder? Ich habe Geschicklichkeit geboostet, ja. Jetzt bin ich da auf vier. Kriegst du da plus eins Wüstung noch, oder? Jo. Bin ich bei 17. Okay, ah, wo bist denn du? Da bist du. Du hast jetzt 37. Wo hast du 37 Leben? Weil das Ding, das du gesagt hast. Nein. Du hast dir zwei Geburfe gehabt. Das hat bei mir gesagt, dass ich dann 37 habe. Hey. Das kann nicht sein, wenn du zwei Würfels und Konstitution hast, du bist in fünf. Ich habe fünf quasi gehabt. Aber bei 31, bei 37. Wie gesagt, das hat das bei mir so gemacht mit dem Levelaufstieg. Ich habe da... Ah, weil du ja dreimal gewürfelt hast, deswegen wahrscheinlich. Jetzt hat es bei mir zurückgesetzt und dann habe ich nochmal gewürfelt. Gewürfelt, okay. Acht, dann. Ja, dann wärst du auf 37. Ja, du hast ja eine 2 gehabt. Hat Peter jetzt geantwortet. Nee, das war nur ganz okay. Ähm, ja. Dann will ich, dass du nochmal ein D... Wie ist das? Rettungswürfel... Ein D8 würfelst. Soll ich einfach so einen D8 würfeln, oder? Ja, ja. Wenn wir rechnen, dann ist das gut. Also fünf plus drei, also fix 8. Dann bist du bei 34. Man, der sollte es mal schneller... Der sollte es mal endlich schließen. Das ist so lustig. Am Ende verfolgt der so still und heimlich den Scream. Ist jetzt voll am Ubragen. Und Rüstungsklasse, hast du die schon erhöht, oder? Ja, hab ich schon erhöht. Da bin ich jetzt auf 17. Nackt. Und jetzt bin ich wieder auf 13 Rüstungsklasse. Nee, 16. Bei mir bist du auf 16. Mir auch. Hä? Nein, das ist in der Mitte und deine Pfeile. Pfeile. Nein, ich meine bei mir im Charaktersheet. Rüstungsklasse 13. 13, das muss halt er ändern. Plus ich habe 17. Weil ich habe ja... Fighting-Style-Defense. Achso, jetzt muss ich wohl auch selber einfallen. Dann bei mir Charaktersheet in... Sag bloß nicht, ich hätte alles auswählen können. Nein, nein, nein. Die 20 Würfel. Nö, da hat meistens immer so 17, 18 gewürfelt. Ähm, ja. 41 hast du gedacht. Gut. Dann ändere ich das jetzt. 40. Hier auch 41. Habt ihr euch auch immer die Pfeile weggemacht? Oder die Dinger? Ja. Ihr dürft natürlich jetzt alle eure Dinger wieder hoch. Weißt du, ob das das automatisch macht? Der Flick, der steckt, der wäre so oder so nicht aufgestiegen, oder? Sowieso nicht aufgestiegen. Ja, okay. Der Flick war immer Level 1. Ja, das war ja auch kein, hat ja auch nicht links gemacht, weißt du? Wie meinst du? Das war ja kein Tier im eigentlichen Sinn. Ja, der war nur ein Begleiter, der war ja kein Seelenverwandter, oder wie die heißen. Die steigen, die steigen ja da mit dir auf. Nicht wirklich. Die steigen nur alle zwei Stufen oder so auf. Nur ein Viertel oder sowas. Ja, aber die werden halt besser mit der Zeit. Und der Flick halt nicht. Ist halt auch nicht am Anfangs. Bist du schon fertig? Du hast 20 Leben. Wir müssen ändern. Wir gehen. Ich hab dich immer noch nicht verstanden. Ich hab dich immer noch nicht verstanden. Ich hab dich noch gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Was? Ich hab gerade versucht, Elfman nachzuahmen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. So. So, dann dürft ihr nochmal, oh ja, das ist... Wolltest ein ganz manlier Mann sein, oder? The manliest man in this party. Luka, Bälle. Es war gut, Herr Rassos. Oh, es war gut. Yes. Vielleicht hab ich auch nicht zum in dem Ohr. Was? Was? Ähm. Ja, du hast das... Wer war das jetzt? Nachbüß? Ich. 87. 87. Du kriegst 2d6 Gold. Ja. Ja. Da freuen wir uns doch drauf. 8. Heiß. Und jetzt dann, äh... Christian, du kannst für Tomislav würfeln. Hast du denn? Den W-Wunde? Die Beutel. Ja. Muss ich. 2. Also scheiße. Ja. 2d6 Gold. Ich dachte, ihr kriegt jetzt 2 Beutel Scheiße. Bist du. Und jetzt dann für... Zock. Nein, natürlich. Kultis hat er einfach 2 Beutel Scheiße seiner eigenen Scheiße dabei. Yeah. Nein. Wir haben 2d6 Silver. 7. Das trage ich ein. Oder willst du es einfach machen? Hast du es eingetragen, Christian? Ja. Cool. Ähm... Und dann fehlt nur noch... Dambio. Das ist auch 1d100 Gold. Tim? Ja. Musst ein C-100 Würfel. Würfeln. Ich wurde gar nicht geschlagen. X auch. 2 Defekt. Und was wurdest du geschlagen? Von seinen Vater. Der kam auch wieder... Ach nee, der kam wahrscheinlich da rein. I a winning son! Dann hat er gesehen, dass er nicht gewinnt und dann hat er ihn geschlagen. Ja. Du kriegst 5 Kupfer. Kupfer. Ja. So. Ja. Was gab's noch? Was ist das für eine Axt? Das ist eine 2-Hand-Axt. Mach die nicht 1d12? Ja. 1d12, okay. Bleib bei dem Schwert, das ist besser! Und Rüstung haben die technisch nicht gehabt. Ja. Wir sind bestärkwürdig. Wir waren nackte Haut. Richtig. Ich wollte mich da machen. Okay, dann... Dann... ...frag ich Flicks Leiche in meinen Sack. Ja? 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 Ich... Wollt ihr Langdorn verfolgen. Wollt ihr Langdorn verfolgen? Welche Richtung ist in der gelaufen? Ja? Ja, das ist oben. Ah, okay. Ich seh schon, das wird bestimmt ewig dauern. Also ihr könnt jetzt entweder besuchen. Es dauert ein bisschen. Ihr könnt viel lang weiter gehen. Wir könnt Langdorn verfolgen. Und dann... Oh, ich fühlte euch auf heute beim Eingang wieder raus. Oder wir machen... Oder ihr könnt euch versuchen, da hochzuklettern. Das aber relativ schwierig sein wird. Wie meinst du? Achso, da hinten hochklettern, ne? Ja. Die 9-Mitrischaft hochzuklettern. Das wird nicht so schwierig. Ja. Oder wir hören für heute auf und machen nächstes Mal weiter. Das ist natürlich eine Part, bei der wir gefragt wurden. Okay. Äh... Denk mal, irgendein Grund waren die hier. Wir haben sie grad auf frischer Tab fast. Oder sie sind hier weggegangen. Hm. Wir sind hier weggegangen, als sie fertig sind. Ja, das ist mein Ende. Ohne zu wissen, was die gemacht haben, werden wir wohl sicherlich ahnungslos da rein spazieren. Also, du suchst dir den Raum hier, oder was? Der ist auch nicht bei mir so zu spielen. Oder? Äh... Ich schon, ja. Okay. Die ursprüngliche Form der Kammer wurde verändert und vergrößert. Der Boden und drei der Wände sind glatt. Stalagmiten und Stalaktiten wurden zu... Wurden zu spiegelnden Säulen geschliffen. Alle Oberflächen glänzen vor Nässe und die Luft ist warm und feucht. Die ebenen Wände der Kammer sind mit abstrakten Darstellungen von Drachen verziert. Die Schwärze der abgebildeten Drachen windet sich in komplizierte Muster und Knoten, die über die Wände fließen. Die Kreatur, die in der nordwestlichen Ecke dargestellt ist, sticht hervor. Ein fünfköpfiger Drache, der sich aus seinem ausgebrochenen Vulkan erhebt. Andere, die im Gegensatz zu der fünfköpfigen Monstruosität winzig erscheinen, strömenden Scharen zu deren Seite. Eine kleine Holztruhe mit eingearbeitetem aus Silber und Permut steht auf dem Boden in der Ecke mit der Darstellung des grausigen Drachen. Ein lebendiger. Nein, nein. Ein lebendiger, Alter, wenn wir gegen Tiamat auf einmal hier kämpfen müssten, Alter. Ja, ja. Oh, ey, ey. Und wo liegt das hier, oder? Nein, nein, hier. In dem Raum. In den Wänden, so hier wahrscheinlich. Das sind das Warntmalereien oder Statuen? So in die Wände eingelassen. Das sind halt so Onogramme quasi. Also die Wand besteht daraus aus so... Oh mein Gott. Wie Tablete quasi, nur halt 3D. Ja, du meinst halt so Wandmalereien quasi. Ne, Steinmetz arbeiten. Oh ja, okay. Bessere Wandmalereien. Das sind Fanatiker, die sowas gemacht haben. Und sonst gibt's nichts mehr in diesem Raum. Ihr könnt mal auf Geschichte losen, wenn ihr weißt. Wer die... Kreativgeschichte soll. Rap. Ich weiß nix. Ist ein Kretzok. Geschichte, 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 Geschichte... Wenn ich das holen habe. Aber ein Präzent kennt Geschichten. Naja. Dafür Geschichten. Und... Tamiya hat auch schon mal davon was gehört. Der fünfköpfige Drache ist Tiamat. Der Vulkan ist der Drachenbrunnen, wo der Drachen, wo Tiamat wohl eingesperrt ist. Ihr wisst zwar nicht, wo dieser Drachenbrunnen ist, aber ihr habt davon schon mal was gehört oder in Büchern gesehen. Ähm... Ihr erinnert euch an verschiedene Volksmärchen, die euch als Kinder erzählt wurden, dass vor langer Zeit Tiamat in die neuen Höllen verbannt wurde und dort bis zum heutigen Tage eingesperrt ist. Ja. Es ist aber unmöglich zu erkennen, wo sich der Vulkan befindet durch diese Abbildung. Aber... Und ihr könnt auch nicht abschätzen, ob das eine Vorhersage darstellen soll oder eine Metapher für die Schwurt der Königin der bösen Drachen darstellt. Ähm... Das ist ein Knacker. Okay, gut. Ja. Okay. Damit habt ihr... Den Drachen zum Leben erweckt. Ihr hört ein Knacken von unterhalb der Truhe mit einem Zwischen wie von dutzend blühtender Schlangenvolk oder wie von Flüssigkeit die durch einen Schlauch gepresst wird. Einen Moment später sprüht wirklich ein... Wirklich... Eine Flüssigkeit aus... Aus... Einen... Aus ein Dutzend kleiner Löcher in den Wänden unter Decke, wo es sich auf den Boden trifft. Bildet sie Blasen in den Gesteinen und drauf steigt auf. Innerhalb billiger Augenbrücke ist der Kammer mit feurartigem Leere gefüllt. Braucht man also Geschicklichkeitszeit und so? Jeder. Ja? Da seh ich mich doch. Ja, ich habe noch ein Schlauchschatz. Ich habe noch ein Schlauchschatz. Nichts? Nichts. Gott. Dafür habe ich Geschicklichkeit erhöht. Jetzt schlafe ich ein. Oh mein Gott. Auch die 2w6 Säureschaden. 6. 2w6. Oh. 2w6. 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 1w6. 2w6. 2w6. 1w6. 2w6. 2w6. 3w6. 2w6. 4w6. 4w6. 1w7. 1w6. 2w7. 2w7. 4w7. 4w6. 1w6. Und dann mach mal, du wirst jetzt rausgehen aus dem Raum, oder? Dann mach einen Geschicklichkeitswertungswurf. Jo, du legst nochmal zwei, die sechs Schaden. Komm her. Neun Schaden, nein. Oh, bei der Vorkriebsaktualist hier. Nichts. Wenn auch hin, Rapp. So, ich hab ein Bild in die Gruppe gestellt von dem krassen Drahan, den ich da aus dem Heft rausgekriegt hab. Achso, da hat es schon verschmolzen. Gucken? Hm, pecker. Das weiß ich noch kurz zu kennen. Weil dein Charakter, du bist ja nicht immun gegen Gift, oder? Nein. Müsst du ja dann krassen. Ich bin kein Giftdrache. Ja, ich weiß nicht, dein Ex, weißt du, weil bei Dings, äh, bei Elder Scrolls ist man ja immun. Ha. Wäre cool, wenn ich halben Gift Schaden bekomme, oder so, oder Seiresschaden, oder so. Ja, aber ist nicht so. Also, ihr betritt jetzt die Dunkelheit dieser Kammer. Dort ist kein Licht, gar nicht. Ihr seht quasi nicht viel. Da ihr aber Dunkelsicht habt, könnt ihr sehen, dass am Fuße der Treppe öffnet sich eine weitläufige Kammer. Entlang ihrer linken Wand verläuft eine Böschung über eine Grubel zu eurer Rechten. An der Decke hängen zahlreiche Stalakniten, und das Tropfen von Wasser ist ständig zu hören. Pluck, pluck. Okay. Ja, der fliegt. Pluck, pluck. Ja. Okay, Freund. Ich muss noch untersuchen, ob wir hier Meuchelmörder haben. Dann benutze ich zum ersten Mal das hier. Er sagt, sie hat gar nicht den Standort jeder himmlischen, unholden oder untoten Kreatur. Nur sicher zu sein. Die fischen und untoten Kreatur. In dem gleichen Kreis spüre ich auch den Standort jedes Ortes oder Gegenstandes, der geweiht oder entweiht wurde. Kein Gegenstand, geweiht oder entweiht. Du kennst sie so oft? Ja. In deinen Kassel-Multifäger, okay. Ja, stimmt. Okay, gibt es hier Untoten, Unholden oder Himmisch? Nein. Cool. Okay. Kein Untoten, Unholden oder Himmisch? Dann mal... Nehme ich irgendwas krasses wahr? Ja, dann nimmst du. Du hörst... Das ist nicht ein Nachteil, weil du nicht siehst. Ja, aber du hörst von da unten, dass Geräusche... ...dass da unten sich was... Okay. Kann ich Heilungswürfel benutzen? Ja. Können Heilungswürfel benutzen, ja. 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 Ja, gewollt. Cool. Cool. Habe ich keine mehr. Du hast alle voll, ne? Ach, habe ich sie jetzt wieder... Sind sie offiziell voll? Okay, cool. Ja, aber du hast alles voll. Also das krieg ich jetzt mal plus 18. Und da hast keine Verbrauch. Du? Ja, vorher habe ich ja schon zwei Verbrauch gehabt. Ich hatte ja noch eine. Darum meine ich alles. Zwei noch übrig. Ja. Mich nochmal heilen für drei. Alter, ich... Gut. Ähm, was wollt ihr machen? Ähm, sie könnten da runtergehen, oder? Oder mal reingehen. Oder irgendjemanden vorschicken, der Nachtsicht hat. Also alle außer mich. Den Nachtsicht an, ne? Dann schicken wir's Zug herein. Ja, lebt's. Aber das stimmt. Er hat eh du Gesicht. Dann schleichen wir mal, oder? Ja. Ja, halt nur zuerst. Ja. Da auch runtergucken, oder muss man da hinlaufen? Musst du schon hinlaufen, wenn du was seht. Okay. Vier Meter, fünf Meter da unten. Du bist dann halt drin. Oder seine Treppe. Ich denke mal, die sieht man wahrscheinlich noch so. Und das gepunktete, was ihr da seht, ist so ein Zaun quasi. Auch da unten? Wow, ein Zaun. Also das gepunktet da außen. Das ist dann meine Tür. Den muss man aufmachen wohl. Okay, äh, 18 Meter Sicht. Ja, da geht's nach unten. Das darfst du nicht vergessen. Okay, den muss man... Oh. Also, ich kann zum Beispiel hier machen, und sieht man das jetzt schon, oder? Ja, ja. Auf Wahrnehmung. Ja, okay. Äh, hier. Wo hinschaust du? Das ist nichts. Ja. Das siehst du nichts außer... Ja, das ist nichts. Das ist nichts. Dann weiter geht's. Wir versuchen, Peters Charakter zu töten, ja. Dann würde ich hier mal Wahrnehmung machen. Oder? Was ist das an dieser Zäunen so komisch? Bei den Zäunen ist nichts komisch. Erkennt man kein Schloss? Wie eröffnet man das? Oder ist das schon auf? Holzzaun. Einfach so alles geschlossen? Das, das, das ist geschlossen, ja. Gibt's keinen Weg, den auf und zu zu machen? Doch, ihr könnt da einfach hingehen und die öffnen. Okay. Er ist auch nicht geschlossen. Dann muss ich noch da sein. Musst du erst mal hingehen und die öffnen. Versuch. Okay. Das Schwer von dem DuB sieht richtig geil aus. Damit öffnest du halt, wie Dings sitzt. Genau. Ja, du öffnest die Tür. So. So, ich sperre euch jetzt gleich mal zu zeichnen, dass ihr nicht mehr zeichnen könnt. Ich auch gerade. Noch seid ihr nicht gesperrt? Gleich sperre ich euch. Ich habe das geschlossen. So. Also, zock. Dann öffnen wir mal die Tür. Geht auf, ja. Machen wir noch mal grobe Aufwahrnehmung. Ja. Er nimmt außerordentlich viel wahr. Er sieht alles, er hört alles, er riecht alles. Well. Oh. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Eier da unten. Was ist das? Zurkunde. Zurkunde? Ja. Wir kennen, was das für Kreaturen sind. Du, du siehst das nicht. Sieh mal an, er in der Nähe. Oh mein Gott. Was ist das? Die wichtige Frage ist, beschützt das Ding, die Eier, will das Ding, die Eier fressen, oder? Das ist ein Seiler. Du kennst, das ist ein Seiler. Den hier. Den da, ja. Ein Seiler. Das ist ein Seiler. Ja. Das ist ein Seiler. Aber die Drachen, die scheinen die in Ruhe zu lassen, und der scheint auch die Drachen da in Ruhe zu lassen. Das sind halt diese Drachenling-Viecher da. Genau. Das ist ein Seiler. Ja, warte. Ja. Was willst du machen? Äh, nach draußen gehen und Flammenwerfer holen. Flammenwerfer holen? Oh, wie schön. Okay, äh, die Tür zumachen und dann weggehen. Berichten, was es ist. Was da unten gibt. Wie krass ist das Ding? Er hat vier Felder groß. Nun, der hat ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tentakel. Ja, ich glaube, da ist Peter nicht mal da, mit seinen Tentakel. Hm. Genau dann, wenn du das hier hast. Also, was macht ihr? Was macht Zock jetzt? Laufen. Was macht Zock? Oder wollt ihr das das nächste Mal weitermachen? Wir haben eine Option, was mit denen zu unternehmen. Okay. Wir werden wahrscheinlich gegen die Kämpfe wissen. Ich hab immer mehr Option, mit irgendwen zu, was zu machen. Und wenn ihr halt immer gleich angreift, dann... Ich glaube nicht, dass die... Also, wir können ja reingehen, aber ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich einfach angegriffen. Das weiß man nie, Papa. Das weiß man nie. Oh, shit. Äh. Kann man einen Quicksafe machen? Ich krieg keinen Quicksafe, nein. Reingehen gucken, was wir sehen. Nein, kein Quicksafe. Wie schreibt man... Wie wird dieser Seiler geschrieben? Seiler? Nicht nachgucken... Nicht nachgoogeln. Ich will jetzt nachgoogeln, aber dass ich mit Seilern unterhalten kann. Eigentlich will wissen, wie krass das Ding ist. Ha! Okay, ich glaube, wir sollten das Ding nicht kämpfen. Ähm. Okay, Markus kriegt einen... ...wiss. ...was ist jetzt... ...im Nachteil. Ihr kriegt einen Inspirations-Malus. Nein. Was er nachgeguckt hat. Der ist im Nachteil bei seinen nächsten... ...wie vielen? Bei seinen nächsten... ...einen D10 erbaut. Einen D6. Bei seinen nächsten 6-Würfen. Für diesen Cheat. Der Cheat? Das macht man nicht. Nein, 6... ...sachen bis dem Nachteil dafür wird ein Cheat. So. Was? Mal den nächsten Mal fortsetzen? Oder dieses Mal fortsetzen? Ihr könnt noch... Ich könnte alles diritschen. Ihr könnt ja auch woanders das Ding gehen oder... ...weiter umschauen. Ich könnte schon reingehen, mir ist es egal. Du kannst reingehen. Bei dem Ding da? Bis... Bis jetzt wird er... ...und... ...ding. Die kennt sie ja schon. Gegen den haben wir schon gekämpft. Ja. Welcher? Diese Ambushed Drugs. Dragon Turtle. Oh mein Gott. Oh. Ein Draft Horse. Können die Kiste Gift einfach reinschmeißen? Genau. Ist der Raum... Der Kiste gekommen. Ne, ich meine die Truhe. Da ist kein Gift in der Truhe. Ist aus der Wand rausgekommen. Auch. Ach so. Weil wir die Kiste geknackt haben. Ja, okay. Das wäre lustig. Und... ...fünfzehn... ...fünfzehn Geschickigkeit, ja. Ja. Der Kiste, ja. Der Kiste, ja. Der Kiste, ja. Ich denke mal... ...Peter müsste da sein, um zu entscheiden, was wir hier machen sollen. Weiß du nicht. Bei dem Raum würde ich echt sagen, da müssen wir... ...quatten wir bis... ...p... ...lassen wir Peter entscheiden. Ja, ich muss hier noch aufsteigen. Nicht drin. Dann tue ich jetzt mal das markieren, wo ihr schon gerade erwartet. Durch die mal in Bönde. Wenn Peter jetzt 30 Leben bekommt, dann hat man ja noch eine Chance. Ja, die, die ist schon... Müsst auch nicht immer gegen jeden kämpfen. Ja, für den Fall, dass das mal schlimm geht, weißt du? Ihr müsst auch nicht jetzt sofort da runter gehen. Ihr könnt auch erstmal woanders hingehen dort. Ja, dann hätte ich gesagt, wir gehen einfach nach da oben. Noch. Ja, ihr läuft dann den Weg da lang, ne? Das ist ja unten. Wird ihr quasi sitzen da, seid ihr unten. Ihr seht euch ja nicht mehr hier, oder? Wie meinst du? Seht ihr euren Charakter noch? Da oben sehe ich die Charakter noch, ja. Aber halt so durchsichtig, ne? Nein. Nein, ist klar. Egal. Auf jeden Fall würdet ihr denn da... Oh, fuh. Oder nicht im Wald lebe ich? Und jetzt? Hm? Hm? Jetzt sie zieht sich aufsichtig. Nein. Oh, die Brücke. Ja, da geht's zu der Brücke rüber. Genau. Okay. Dann machen wir das nächste Mal. Gut. Dann habt ihr jetzt eure Brücke hin gemacht. Jetzt macht wie scheiße Sinn. Also das sind die Pilze da wirklich gefährlich gewesen. Das sind die halluzinierenden Pilze. Da läuft dann rein und dann... Gibt einen Grund warum ja nicht das nicht sah. Also ich sag mal so, ne? Du seht ja die Nummern. Ja. Okay, gut. Jetzt... Ihr seht die Nummern, ne? Ja. Drei, drei. Eins, zwei, drei, elf, zwölf, neun, ja, ja, ja. Ja. Und jetzt sag ich jetzt dazu, wie wir's hier gemacht haben. Wir sind anders, ja. Wir sind halt andersrum, egal. Das ist nämlich mal faszinierend. Eins, zwei, dreizehn, zwölf, elf, neun. Machen wir halt alles rückwärts. Ja. Sozusagen. Genau. Aber das gibt den anderen Charakter... Es gibt den anderen ne Mürze. Das finde ich meistens schlecht. Gut. Gut. So. Wir haben einiges geschafft. Ich hab gedacht, du bist... Nächstes Mal werden wir den auf jeden Fall fertig haben. Die Episode nehm ich an. Denk ich auch. Ja, bestimmt. Selbst diese Vieh. Ach, bald zu Ende. Das heißt... Ein Kampf. Seid ihr jetzt schon... Ein Kampf, dann sterben wir. Drei Stunden auf jeden Fall schafft. Ist ja nicht mehr halb zu viel. Ihr hattet jetzt den Hauptkampf, der schon hinter euch. Okay. Nee. Was für ne... Szenario... Wär's denn... Wär's denn, hätt ich den... Athletik geschaffen. Ne. Ist ruhig... Getötet. Frau. So. Wär's denn. Wär's denn. Für immer. Und ewig. So und lebt das. Er lebt noch und ich lebt. Das heißt, ich wär gestorben. Bei der Resultat. Aber wer noch am Leben. Der hat dich getötet. Der hat dich getötet. Na, dann wär... Wär... diese Konsequenz passiert. Wär die Konsequenz. Nix. Wärten. Der hätte jetzt entweder gesagt, schließt sich an oder stirbt. Au. Dann hätten sie sich entscheiden können, kämpfen gegen den oder schließen wir uns an. Und Tim... Ah, da ist Tim wieder. Ja. So. So was. Hättet man alles mithören können. Was sie an, hätten wir neue Charaktere gemacht und die werden dann Gegner gebraucht vielleicht? Oder? Oder man hätte es noch für sich entscheiden können. Mit dem geschwächten Drachenzahn. Ja. Der hat den Drachenzahn und die Krieger gewesen. Ja. Klar, aber... Wenn der schon recht geschwächt ist, dann fokust du den schnell raus und dann ist der auch weg. Weil drei oder vier Leute noch gegen den ist halt was anderes als wenn du ein 1 versus 1 hast. Ja. Wenn die anderen früher dran sind als die Brood Boys, dann kann sie es eher schaffen, den Blauzahn wegzuhauen. Wie findet ihr das jetzt? Ist halt der Kampf, was sie... Mei. Ja. Dafür sehr viele Wurzeln anlegen. Sieht so, wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Bei der Schildkновigkeit, die GF-U. Oh... Oh... Ich würde mich verarschen. Willst du mich verarschen? Dann bin ich einmal nicht da. Ja. Repp. E-A-W-U. Erstmal noch schreiben und Storm killt deinen Wolf. Da hat er ihm zu sehr vertraut. Ja. Zu sehr. Ja gut, Storm hat ihn ja nicht getötet. Ja, aber er hat ihn darunter geschickt. Hätte er ihn da nicht flankieren lassen, dann... Dann hätte er aber vielleicht dich getötet. Dann hätte er mich oder... Ja, ich hatte ja noch genug Leben. Ich hatte ja noch irgendwie... Du hattest da nur noch 3 oder so? Nein. Ding hatte 3. Storm hatte 3. Ich hatte irgendwie noch 16 oder so. Nein, 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 nein. Du warst auch sehr wenig. Der hat direkt am Arsch gewesen. Ich habe nur mein 15 Leben da. Oder 13, was weiß ich. Ja, aber der hat ja... Wie viel Schaden hat er gemacht? Der hat doch 3... Oder? Flick hatte noch... Flick hatte ja noch 3 Leben gehabt. Nee, der hat ja selber noch 2 Leben gehabt. Und dann hat er den 15 Schaden geballert. Okay, Tamiya hat er halt umgeboxt. Stichschaden dafür. Tony? Ja, 15 war es. Ja, 15 Schaden hatte er gemacht. Wäre es nicht tot gewesen, wäre es ja am Boden gewesen. Tamiya wäre auch nur am Boden gewesen. Du hast natürlich Flick ausgewählt dafür. Ja, natürlich. War ja gut. Die 1, die Wahrheit, das verheerendste. 1, 24. Hättet ihr auch? Markus oder Federer? Deswegen habe ich extra gewürfelt, ja? Das ist aber als Konsequenz, dass Flick wie immer stirbt, denn passiert. Und dann hat er auch kritischen Schaden ausgebucht. Echt? Ey, er hat 20 und 20 gebucht, glaube ich, ja. Das muss man erst mal schaffen. 2, kritisch. Und dann auch kritischen Schaden ausgebucht. Naja, auf jeden Fall. Nehme ich in halt mit Richtung... Öh... Oben. Gledig. Schauen wir mal, was fehlt da nächstes Mal. Oh, ich bin alle einfach frittet. Vielleicht besitzt ihr auch das. Dann bündelt er sich mit den anderen da unten. Und dann... Bitte bin ich verflickt und Flick wurde früher der... ...Boster. Drachenwolf. Dann wird es uns Drachenwolf. So wird es gemacht. Und Yannick lässt das alles zu, weil er es lustig findet. Und sieht, wie wir dann alle sterben. Und dann kommen die Backup-Characters natürlich. Oh, dann ist es vorbei. Dann macht er ein anderes. Und die in die Hand sind. Achso. Er hat cool gewonnen. Und viermal ist auf der Welt. Und ihr lebt halt in einer Welt, wo du ziermal bist. Ich mach's nächstes Mal eine Lebensverknüpfung zwischen Peter und Peter. Genau. Was machst du? Wenn der eine stirbt, stirbt der andere auch. Du meinst Lebensbahn. Wenn der... Ja. Also ich zack mal. Ja. Bei Lebensbahn würde quasi hätten... Würden sie sich die HP teilen. Und jeder Schaden, den einer von beiden bekommt, kriegt der andere auch. Und wenn sie keine HP mehr haben... Beide keine HP mehr haben, dann fallen sie zu Boden. Das wäre doch nicht. Okay, gut. Gut. Das macht direkt noch eine Extra-Würze mit rein. Das ist doch schön. Und ihr seid letztlich nur noch vier. Nicht nur fünf. Wer kennt nicht die Extra-Würze, die man hat, wenn das... Ja. Ich finde es dann so, wenn man da jemanden verliert. Ich finde es halt lustig. Vor allem wie es halt einfach passiert. Wenn wenn Peter dabei gewesen wäre, dann wäre das sehr... Dann wäre es wahrscheinlich sehr tragisch gewesen. Und... 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 Ja, aber so ist es. So ist es. So ist es halt. So ist es halt. So ist es... Kann ja das nächste Mal nachspielen. So ist es denn mein Schuld gewesen sein, aber... Ja, du hast diese Röde geschickt. Könntest du... Ich wollte... Ich wollte schon überlegen, ob ich sagen soll, dass du einfach Flick da lassen sollst. Weil ich mir schon... Ich dachte mir schon, wenn der jetzt noch zwei HP hat, Janik wird nichts zögern, irgendjemand, der wenig HP hat, einfach zu töten. Vor allem, wenn es so ein Dude ist, der krass Damage macht. Oh, da ist Peter mit da. Da ist er mit da. Da ist er auf einmal da. So. Ich war einmal nicht da. Schnell aufgeben. Ja. Mir habe ich auch nichts zu sagen. So, das Licht wieder aufs Sofa. Viel Spaß. Was ist das für ein komisches Geräusch im Hintergrund? Das ist sein Königschrank oder sein Handy. Kein Scheiß Handy, wahrscheinlich. Du wolltest 10 Kilometer auf den Strand machen. Was macht das die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich bin ja. Was ist denn? Ich mache eine Rave-Party im Hintergrund. Außerdem habe ich jeden Möglichkeit, Glick wieder zu beleben. Ja, das will ich hoffen. Ich muss Kornzi nur das Abenteuer zu Ende bringen. Schauen wir mal. Ja, warum wäre ich auch nichts zu sagen? Gut, gut. Schauen wir mal, was du dann schaffst, dich zu sagen. Ja, aber das passt gut. Das passt gut zu meinem Tag heute hier, dieses Ergebnis. Naja. Also. Mach's gut. Ja. Prüf, Peter. Hey, hey. Wir gehen auch mal für heute, gell? Ja. Ciao, Tim. Ciao. 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 Vielen Dank.